So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine neue Folge Max Out Monday. Auf meinem Kanal RamsesderDicke, mein Lieblingsformat eigentlich, unter anderem. Neben der Raid Mania am Mittwoch, Max Out Monday, finde ich immer sehr spannend. Regeln nochmal für alle, wer es noch nicht kennt. Ich maxe immer einen Titel Pokémon, was ich mir selber aussuche, zu einem bestehenden Anlass, einem bestehenden Event oder wenn ich was cooles aus den Raids bei den Legendären gezogen habe. So, und ich nehme fünf Vorschläge aus der Community an, die ich versuche zu maxen. Voraussetzung, ich habe ein 100% Pokémon und genügend XL, um es zu maxen. Deshalb macht auch hier wieder unter dieses Video Vorschläge, damit wir irgendwann alle Pokémon in 100% auf Level 50 haben, denn das ist mein Ziel. So, mein Titel Pokémon, was ich heute maxen möchte, ich habe die auch immer hier nach WP sortiert, so dass man auf der ersten Seite zum Beispiel sieht, Mewtwo, Groudon, Kyogre und dann gibt es immer die Experten, die schreiben, Max doch mal ein Mewtwo und ich denke mir, haben bei 10 Sekunden kommentiert und einfach das gar nicht geguckt. Das ist total auffällig. Ich möchte jetzt mein Titel Pokémon maxen und habe mich entschieden für, pass auf, das sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, wir haben ja am Sea Day, es war Sea Day mit hier die Ursa am Wochenende, wir haben da im Stream, als wir unterwegs waren, live schon ein Joaquin gemaxed, also ein Ursa Luna gemaxed, auf Level 50 gepusht, sieht sehr gut aus, aber ich habe euch auch erzählt, dass ich ja, wie immer, männlich, weiblich, shiny und Glückseintrag brauche, das heißt, ich wollte mit Pupsi nach dem Stream ein bisschen tauschen, 100 Stück hin und her, mal gucken, ob wir einen Lucky bekommen. Es hat nicht lange gedauert, ich habe aus dem Tausch mit Pupsi direkt beim dritten oder so, beim dritten Teddy Ursa, was ich getauscht habe, 100% Teddy Ursa Glücks-Pokémon bekommen, sieht man also hier, Event, Community Day, Gefangene in der Wildnis, Römmheld, 12.1., Durchtauschehalten, Super Sani, das Ding ist einfach 100% geworden. Noch, zusätzlich, ich brauchte den Glückseintrag, jetzt habe ich den Glückseintrag bekommen, sogar über 100% Ursa Luna. Ich hätte das gerne heute entwickelt und gemaxed, aber man konnte ja nur bis Sonntag, bis Sonntag 6 Uhr konnte man nur Ursa Luna entwickeln, momentan kann man es nicht entwickeln, erst wieder, wenn Vollmond in Pokémon Go drin ist, müsst ihr mal gucken. Weil ich das aber so genial fand, dass das hier ein 100% wurde beim Tausch und das wirklich mega Glück war. Es war einfach nur ein Random-Tausch, es war kein garantierter Glückstausch, es ging richtig schnell nach drei Stück, ist das ein Hunderter-Zack-Glücks gewesen, ich konnte es gar nicht fassen. Ist ein cooles Erinnerungsstück, deswegen möchte ich das als Titel-Pokémon nehmen. Eigentlich wollte ich Scaraborn nehmen, weil ihr das in letzter Zeit immer zuvorschlagt und es eh bald rankommt, aber ich möchte jetzt das 100% Glücks-Ursa Luna hier als Titel-Pokémon nehmen. Das habe ich mir verdient, denn das ist genial, es war ein genialer Stream, es hat Spaß gemacht, mit Pupsi zusammen rumzulaufen, richtig schön gewesen, eine Stunde so spazieren gehen, hat sie auch gesagt, hat ihr richtig gut getan und jetzt dieses Andenken mitgenommen vom C-Day, 100% Glücks-Ursa Luna. Gehen wir aber mal direkt auf eure Kommentare, ich habe natürlich wieder sortiert nach Neueste zuerst, muss nur noch nach unten scrollen, damit wir auch sehen, fünf Vorschläge aus der Community. Hannes der Dickel, wie wäre es mit einem Lin-Fu oder FM? Lin-Fu habe ich kein 100er, FM, haben wir keine Bon-Boms, um mein U-Hafnir zu maxen, das ist nämlich das nächste, also wenn ihr einen Vorschlag macht, ich versuche natürlich die Weiterentwicklung zu maxen, warum soll ich ein kleines FM maxen? Ich würde natürlich ein U-Hafnir maxen, aber mir fehlen die XL, 100er ist da, XL fehlen. SDR, meine Vorschläge sind Makabaya, Xerox, Panzer-Aeron, Pummeluf, Emolga, Pajirisu, wieder eine gute Folge, so viel Makabaya Xerox, hm, jetzt habe ich das weggemacht, Makabaya, so, wie man sieht, haben wir die Weiterentwicklung schon, echt na toll, beide Versionen auf 100, deswegen würde ich, weil ich die Weiterentwicklung schon habe, das erstmal weglassen, bevor wir mit den normalen anfangen, außer wir haben irgendwann gar nichts mehr, Xerox, hey, habe ich auch schon auf Level 50 in 100% gemaxst mit 3300, ja, irgendwann könnte man auch Sichlor maxen, aber solange ich noch Vorschläge habe von Endentwicklungen, die gehen würden, traue ich mich nicht an die Vorstufen ran, wir müssen erstmal das hintere fertig machen, bevor wir zum Vorderen kommen, weiter hat ihr Panzer-Aeron, Pummeluf, Emolga, Panzer-Aeron, 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 22 Bonbons können nicht umwandeln, reicht also nicht, Pummeluf schreibt er hier, Pummeluf, haben wir Knuddeluf, ist auf 50, ist also fertig, ja, dann hat er noch, Emolga, Pachirisu, Emolga, Pachirisu, Emolga werden auch keine XL da sein, nee, Emolga geht auch nicht, Pachirisu wird es natürlich auch keine XL geben, weil guckt euch das an, 124, und das ist schon viel, 12 könnte man noch umwandeln, reicht also nicht, diesmal nix von SDR, Pupsi, mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir mein Bubi her, das ist kein Vorschlag, da gehen wir weiter zu, Smig2 Raid God, kannst du ein Ursa-Ring auf 50 pushen, oder ein Simvulara und auch ein Somnivora ist der Fötus, also Ursa-Ring, beide Entwicklungen haben wir ja gerade gemacht, also gehen wir mal zu Simvulara und Somniam, Simvulara, weiß ich schon, geht nicht, wie viel haben wir da, 4 XL Bonbons, wird also nix, Somniam, müssten wir, also Somnivora, letztens auf 50 gepusht haben, so, 3079, ist also fertig, Fatih, mein Vorschlag ist, Scaraborn, möchte ich aber bitte als Titel Pokémon haben, beim nächsten Mal, sorry Fatih, vielleicht nennen wir es dafür auch einfach Fatih, ich weiß es nicht, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mein Vorschlag, Scaraborn, Genaia, okay, es heißt Fadi, Jena, Jena Fati, genau, Scaraborn bitte als Titel Pokémon fürs nächste Mal, Susuku, wie wär's mit Vylord, jetzt muss ich mal gucken, hab ich Vylord schon mal gepusht, Vylord ist auf 50, 2577, das hier können wir wegmachen, so, hey, lässt du den Strich nicht da stehen, Vylord, so, 50, 2500 noch was, haben wir jetzt schon was gepusht von euch, nein, also bisher sind noch alle fünf Vorschläge fertig, Dreckenfeier, passend zum gestrigen Event, Hundo oder Shundo, Miltank, Maxen, hm, gucken wir mal nach Miltank, Miltank, ist auf jeden Fall gemaxed, schon auf 50, mit 2600 noch was, so können wir das auch wegmachen, wir haben ja jetzt die Tags, dann haben wir, Plankton, Kosturso, da hat einer nicht aufgepasst, Kosturso, habe ich hier sogar, 100% Shiny Level 50, mit 3524, war ja Seaday, haben wir durch Zufall, als wir ein Hunderter uns snacken wollten, ist das aus Versehen Shiny gewesen, ne, hab ich so mitgenommen, passiert selten, ich will ja Seaday ausgiebig spielen, und nicht, äh, Hunderter snipen, also aus Versehen, das Hunderter war ein Shiny, Alpa, Dragoran, Rayquaza, Lucario, Baldorfisch, Mantax, Bruderlander, Krypto, 100, Shiny, 100, Nulli, 50, Maxen, was? Dragoran, Rayquaza, Lucario, so, können wir gleich hier vorne nochmal zeigen, Dragoran, Ne, kann man nicht, weil das Unzeichen schon wieder fehlt, Dragoran, 4286, Rayquaza, 4336, sind fertig, Lucario, Baldorfisch, Lucario, habe ich kein Hunderter, Baldorfisch, oh, was für ein Glück, Baldorfisch können wir maxen, bevor es kompliziert wird, bei deinen Vorschlägen, haben wir lieber einen Baldorfisch, sind mit dem jetzt hier fertig, und haben noch 4 Vorschläge übrig, also Baldorfisch, 2318, boah, ist jetzt nicht die Wucht, ne, weil, Mantax, Bruderlander, das ist alles einzeln, und dann geht Krypto 100er, und dann Shiny 100er, und dann Nullis, ja, hm, ist mir eigentlich lieber, wenn jemand direkt ein Pokémon schreibt, anstatt einfach max mal ein Hunderter, und dann, okay, ja, aber Alpa hat auf jeden Fall einen Vorschlag gehabt, Speedline, mein Vorschlag wäre, Tragosso, Mantidea, oder Fuegro, Tragosso, Mantidea, Tragosso, haben wir hier, das Knogger, Alola Knogger, haben wir schon noch 50, also machen wir natürlich ein normales Knogger, dass das noch nicht gemaxt ist, auch auf 50, damit ist der Vorschlag durch, deine weiteren Vorschläge kannst du gerne das nächste Mal bringen, ne, wir können ja nicht einfach von einem alle nehmen, wenn einer gepasst hat, könnt ihr den Rest von euren weiterhin vorschlagen, 2075, dieses, Knogger, kommt damit genauso hoch wie das Alola Knogger, wunderbar, so, weiter, noch drei, Weltenbummler, sagt Babunga, Babunga, kennt ihr noch die Folgen, Ramses der Tunga, da gab es auch Papunga, und, ist noch nicht auf 50, wird aber jetzt auf 50 gemacht, ey, fast 4000 XL, 1850 für Papunga, welch, schönes Pokémon, ja, Papunga, Ramses der Tunga, so, zwei Vorschläge stehen noch aus, Yannick, wie wäre es mit einem Drift Zeppelin, hehehe, weil ich genau beim letzten Mal gesagt habe, wir haben Drift Zeppelin gemaxed, gibt bestimmt wieder einen, der drunter schreibt dann, mach doch mal Drift Zeppelin, also, ja, brauchen wir nicht nachgucken, haben wir beim letzten Mal gemacht, sogar das mit Hut, 100% Drift Zeppelin mit Hut, aus dem Raid, random gekriegt, also, das war cool, ab ins Tierheim, meine Vorschläge, Corazon, Zubat, Giflor, Alola Raichu, Alola Wulpix, Corazon, Zubat, also, Corazon, hat ja der, irgendjemand hat das auch vorgeschlagen, können wir nicht machen, guck, weil wir es schon gemacht haben, das überrascht mich jetzt selber, jetzt soll ich sagen, können wir nicht machen, wir haben keine XL, aber, hä, Corazon ist schon gemaxed, was war da denn los, Adi, warst du wieder am Handy, Corazon, da habe ich den Rest vergessen, Cora, Zubat, Giflor, das wird auf jeden Fall richtig komisch, Zubat, ihr wisst, wenn, dann maxt man X-Bat, X-Bat ist gemaxed, Giflor, kann sein, dass das aber noch nicht ist, doch Giflor, ist auch gemaxed, Alola Raichu, und Alola Wulpix, Alola Raichu, habe ich nicht als 100er, Alola Wulpix ist gemaxed, das haben wir hier, haben wir jetzt mal auch das hier gemaxed, ne, Wulnona mit Schleife, zack, und ach komm, damit man soll ich nochmal zeigen, Drift Zäppli, nicht, dass wieder einer Drift Zäppli vorschlägt, Drift Zäppli ist auch gemaxed, 100 mit Hut, ja, ich habe keine, seitdem ich das, ich habe das Shiny Alola Raichu auf kleinen Accounts geradet, und mir dann rübergetauscht, deswegen, ich habe mit dem Großen eigentlich so gut wie nie Alola Raichu Raids gemacht, habe also auch keinen 100er, Insta-Bowl, wir sind immer noch bei zwei Stück, glaube ich, also bei einem Weihnachts-Event, mit Mushas wäre ich dabei, Jack Wolf, mein Vorschlag ist Xerneas, Xerneas ist gemaxed auf 100, äh, auf 50 mit 4200, dann haben wir Stoja, Moin, meine Vorschläge wären Skaraborn, wird's Titel-Pokémon nächstes Mal, ich verspreche es euch, egal was kommt, Cedra King und Quaxo, Cedra King und Quaxo, Cedra King ist gemaxed, und Quaxo, daran können es noch scheitern, nee, Quaxo ist auch gemaxed, freut sich da auch, wie ein Schnitzel, also immer noch zwei übrig, Nick, meine Vorschläge heute sind, Cleopatra, Svarones, der Lörris oder Tengulist, Cleopatra, haben wir das nicht letztens, irgendwo, ich dachte, wir haben das in der letzten Folge gemaxed, auf jeden Fall noch nicht so lang her, Cleopatra, so, Svarones, Svarones, ist Aura 50, Mann, ist der hässlich, 2300, aber Tengulist ist ja noch übrig, Tengulist, ist Aura 50, ist Aura 50, leider kein Nick in der Folge dabei, aber der sieht schon aus wie Nick, guckt euch den an, Juenta, ein Farbiger wäre cool, wie jetzt, Neja oder was, was sollst du jetzt hier, ein Farbiger, das heißt Afroamerikaner, ne, da sagt man nicht Farbiger dazu, ähm, ich weiß nicht, was er meint, vielleicht meint er ja, ein Farb-Igel, Farb-Igel, war sogar mal, Titel-Pokémon, ist auf, Level 50, 100%, ein Farbiger, guckt euch das an, man muss ja nicht mal die Folgen gucken, es steht ja sogar dabei, Farbiger, 100% Level 50, aber das weiß halt trotzdem nicht jeder, es gibt ja immer mal wieder neue, Luki, ein Pandimos wäre cool, Pandimos ist bestimmt schon seit 100 Jahren, auf 50, genau, mit 2510, aber können natürlich deswegen auch eins sein, was man gerne einfach mal vergisst, Baloo, ein Nullstern oder 100%, 100% Glücks, 100% Kryptos und Skaraborn, ein Nullstern, kann ich dir zeigen, wenn ich einfach Nulli eingebe, so, wo ist Nulli, Nulli, komm mal her, das ist Nulli, Nulli hat 0%, und ist auf Level 50, damit haben wir deinen Vorschlag, mal ein Nuller zu maxen erfüllt, weil du, ist ja kein bestimmtes Pokémon angegeben, sondern ich soll ein Nullprozentiges maxen, seht ihr wie schlau ich bin, ein 100% Glücks, jetzt geht man nochmal hier ein, 4, 4, 4, Sterne, 4, Glücks, Mann, man schreibt doch das, 4 Sterne Glücks, jetzt gehe ich das ganze Zeug nochmal durch, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Bruderlander, wir haben leider keine XL dafür, wir brauchen 296, das reicht nicht, wir können da 43 umwandeln, und ansonsten ist der Rest auf, das ist wie beim letzten Mal hier, Raiko muss mal wieder in die Raids kommen, dass man den maxen kann, das Ding, das ist, das ist so alt von 2018, Glücks 100%, aber geht auch nix, hier, ja, ne, vielleicht mal Click Rates machen, der muss zurück in die Raids, joa, also Glücks 100% geht leider auch nicht, 100 und grübdo, ach, Junge, sie macht es euch immer so einfach, und mir so kompliziert, 100er grübdo, guck mal auch nochmal durch, ist auf 50, 50, 50, ist auf 50, ist auf 50, ist auf 50, ist auf 50, ist nicht auf 50, dann nehmen wir das Traunfugil, packen das jetzt auf 50, so, 1600 dazu auf 2001 oder noch was, und jetzt entwickeln wir es einfach nochmal, von 2100 auf 2900, damit haben wir wieder das Garaborn gespart, was als letztes steht, und haben ein 100% grübdo entwickelt, ne, gemaxed auf 50, also ich muss den Tag natürlich noch dran schreiben, guck mal, die Farbe passt zum Rest, das sieht eigentlich so aus, wie es aussieht, Traun, Magiel, 150, oh mein Gott, bürde, finster Aura, da habe ich gestern schon, Frustration, verlernt, ob es noch mehr gibt, wissen wir nicht, war das jetzt das letzte, ich glaube es schon, das heißt, Mios sind durch, für diese Folge, sechs Pokémon sind gemaxed, fünf von euch, eins von mir, grüße trotzdem an den Baloo, an den Luca 3D Fische, an den Scheinux, an den Atomic Flare, an den Benjamin Engel, an den Pokeben, an die Laurin, an den Konoydre, den Dosten Legat, Madu und Timo Rüger, ganz besondere Grüße an Timo Rüger, wie du, der, ähm, C-Day, ach, der, der bei den Top Raids, gestern, extra, eineinhalb Stunden von Bayreuth, nach Hildburghausen gefahren ist, als ich 17 Uhr, den letzten Top Raid streamen wollte, und plötzlich neben meinem Auto stand, und dann, hallo, bin da, bin du, ich will dir helfen beim Raid, zack, stand er da, und dann, zack, kurz Foto gemacht, handgegeben, kurz gelabert, und dann ist er wieder, eineinhalb Stunden zurück, so, das muss Liebe sein, das muss Liebe sein, das waren die Max Out Monday Dinger, für dieses Mal, schreibt wieder Vorschläge, wenn ihr nicht dran wart, seid nicht traurig, schleibt eure Vorschläge, schreibt, schleibt, schleimt eure Vorschläge, hier unten wieder drunter, wenn ihr nicht dran wart, schreibt sie nochmal rein, wenn ihr dran wart, aber noch welche offen habt, schreibt sie rein, wenn ihr dran wart, und noch eine andere Idee habt, schreibt sie rein, gucken wir mal nächste Woche, und vielleicht haben wir dann, unseren Scaraborn Max Out, kriegt ja auch nochmal eine Weiterentwicklung, und deswegen freue ich mich darauf besonders, ansonsten Peace Out, Vorhaut, euer Jochen, Louis, Frau Deluxe, Ramses, Ciao, Sakura habe ich vergessen, Tschüss, Peace Out, Vorhaut, euer Ramses.